Wenn du jetzt Erfinder wärst, was würdest du für Technologien erfinden? Ein Einhorn. Aha, okay. Und? Was kann das? Fliegen. So ein Anzug, woran man fliegen kann. Ein Roboter, der den Kindern hilft, Zimmer aufzuräumen. Den Abwasch machen, Staub saugen, Essen machen, den Geschirrspiel einräumen. So ein Kasten und dann ist da so ein kleines Laufband dran und an der Seite ist so eine Tastatur und da kannst du dann eingeben, was du haben willst und dann kommt es in der richtigen Form richtig oben raus. Dass die Autos überall herumfliegen, wenn Stau ist. Definitiv fliegende Autos, denke ich. Ein Auto, das eigentlich wirklich durch die Zeit springt, dann könnte man sehen, was vor dem Urknall passiert. Aber das geht ja gar nicht, weil vor dem Urknall gab es gar nichts. Keine Zeit, keine Geschwindigkeit, gar nichts. So ein Glas, wo man durchgucken kann so und dann kann man halt durch Wände sehen. Halt so eine Brille, aber ich weiß nicht, ob es das schon gibt. So ein Glas. So ein Glas oder sie syllabus.